recht herzlich willkommen zum achten teil von planet nomads ich habe schon ein bisschen was weitergebaut hier wie man sieht und ja der bio generator ist auch da und jetzt brauchen ein paar kräuter und biomasse um essen und trinken zu kriegen so schauen wir mal hier das kann man abernten dann kriegt man biomasse das auch da gibt es auch glaube ding ist das schon kräuter raus weiß nicht wie das hier ist da auch immer noch mehr biomasse rein da war keine bei den steinen damit das erst mal reichen geht nicht mehr wir brauchen mehr kräuter da sind welche drin und kriegen wir noch mehr davon keine drunter auch nicht da auch nicht ja schön mal welche kriegen würden nix auch nicht auch nicht ein schöner baum so weit weg es fängt an zu regnen da waren wieder kräuter das ist auch biomasse keine kräuter der wusch da waren welche drin dann gehen wir zurück da ist es dann produzieren war noch zu essen und zu trinken machen wir dann ok und dann kann man wasser machen dieses aber nicht können wir um wasser hier verbrauchen für essen da machen wir mal welche von fünf stück davon dann brauchen wir mal wasser kriegen wir dahin drei gehen machen wir auch können was anderes machen ich glaube nicht ne da fehlt alles gut früchte brauchen wir um da weiter zu kommen das können wir nehmen können wir auch gleich essen weil wir sind schon auf null und ja den nächsten können wir auch nehmen das sind bandagen wasser trinken auch das ist schon fertig ne da können wir noch mehr machen ordentlich zehn stück die können wir jetzt zwei nehmen ja komm nehmen wir und essen wir acht haben wir jetzt dauert eine weite bis wir es wieder können cool down zeit nächstes auch schon da so jetzt ist der zweite auch fertig nehmen wir die auch rüber und zwölf nehmen wir das wasser nehmen wir das geht noch ein bisschen schneller ne noch eins fertig wir brauchen was zu essen und wir sind nicht ganz fit machen wir mal wasser fertig das essen wir noch mal wieder 15 haben wir jetzt es ist immer nur fünf ne noch einen so dann geht wieder 19 haben wir jetzt wieder einer fertig wir brauchen jetzt auf jeden fall früchte um besseres essen herzustellen da müssen wir erstmal suchen gehen denke ich einen noch fertig machen so haben wir den und dann gehen wir erstmal suchen ein essen wir glaube noch und dann gucken wir mal ob wir früchte finden das ist ziemlich dunkel draußen das wird schwierig ne wenn wir jetzt schlafen wir sind hungrig dann haben wir ein problem denke wenn wir dann schlafen wenn wir zu viel um haben wenn wir sterben jetzt müssen wir früchte finden das ist irgendwas aber ich glaube keine früchte ne irgendwas anderes weiß nicht was es ist wir sind am verdursten machen wir das mal ab ne energie ist alle und da haben wir es aber da war irgendwas ich glaube ein gorilla war das ja da ist er und lass uns mal lieber abhauen und der hätte uns entweder getroffen oder vom sturz weiß ich jetzt nicht ja ich glaube wir gehen mal weiter da waren jetzt keine früchte ja momentan sind unsere ganzen werte am runtergehen aber hier sieht es ein bisschen krass aus da sind wir auch irgendwie vergiftet lass uns mal was zu essen nehmen trinken tun wir auch ich weiß nicht ob das das brauchen wir medizin oder nicht was ist das da hinten kommen wir da rüber kommen wir da irgendwie rüber ich glaube wir müssen fliegen ja probieren was ok irgendwie rutschen wir jetzt gerade glück gehabt oder ja da sieht aber krass jetzt hier aus ist da hinten das eine frucht ja gucken wir mal das können wir abbauen gehen wir mal hier hoch kommen wir irgendwie hin ja schwieriges gelände wie kommen wir da hin hier lang sind wir rüber darüber da sieht dort nicht gut aus da haben wir schaden genommen aber jetzt im wasser gelandet gucken dass wir da wieder raus kommen kommt schon möchte so ertrinken dann müssen wir mal hier hoch irgendwie das war jetzt nicht so doll irgendwie gucken wir mal dass wir da hoch kommen nochmal was essen Temperatur ist schlecht wir verdursten und ja alles andere auch schlecht Hausdauer wir müssen eigentlich schlafen jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier hoch kommen erstmal das war ja geht aber glück gehabt dass dahinter nicht irgendwie runter geht wir brauchen früchte aber irgendwie sind wir früchten hier ziemlich schlecht das ist da hinten eine nenne auch nur so ein busch glaubt ihr da ein bisschen leuchtet was das das ist nur irgendeine reflektion vom mond oder so licht hier ist das schattenspiel auch das wird zwar gewesen sein ja gehen wir zu unserer basis ist hier irgendwo noch was ja gehen wir besser zurück hier ist nix können wir noch ein bisschen von dem zoll sammeln ein paar früchte holen ein paar früchte holen na früchte haben wir ja nicht da hinten nee das ist glaube auch nix ne da oben da ist leuchtet was das könnten früchte sein mal gucken gehen wenn das früchte vergiftet sind wir gerade so eher nicht früchte keine früchte keine früchte wo ist denn unsere rettungskapsel jetzt die richtung ok gehen wir wieder da lang wir sind schon ein bisschen langsamer mal nicht die batterie war gerade leer müssen wir auch drauf aufpassen einmal bitte hoch jetzt hier kommen wir hier vorbei einmal weg machen wo ist denn jetzt unser was ist das für ein ding nix besonderes einmal rüberspringen hier und wo ist jetzt unser ah da unten sind wir da irgendwie runter ne ja jetzt kommen wir bestimmt hier ins rutschen ich glaube das sieht ziemlich riskant hier aus gehen wir mal hier mehr rüber aber ah jetzt fliegen wir schon ok gut das ging gerade noch so ah da unten ist das wasser ja ich glaube wir stehen aber gucken wir dass wir da irgendwie hinkommen ohne da unten abzustürzen ah hier geht's gut dann sind wir zurück ja haben wir richtig viele probleme da müssen wir dann dran arbeiten gucken dass wir wieder auf jeden fall was zu essen kriegen mehr essen machen und wir haben zum glück hier noch was dran gut dann können wir erstmal sofort was nehmen Wasser vielleicht nochmal und wir müssen unbedingt schlafen dafür müssen wir aber wie gesagt genug Nahrung haben gut ich denke mal für die Folge soll es aber reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal dabei seid bis dann ciao